Die Halbjahreszahlen für die BVZ-Gruppe sehen uns sehr gut aus, seid ihr zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Wir hängen auf allen Geschäftsfeldern, die wir haben. Das ist bei uns der öffentliche Verkehr, die Matter- und Gotterbahn mit ihren Produkten, also der Glasse Express und der Regionalverkehr, aber auch der Gorngrad, die Gorngradbahn und natürlich die Immobilien und die Beteiligungen. Alle Geschäftsfelder dürfen den Ertrag gesteigern und haben die Käste im Griff und dann gibt es automatisch ein gutes Resultat. Ich bin sehr zufrieden. Seit Jahren sind die Aktien einer BVZ-Holding sehr gut unterwegs. Verratet der Nisch auch das Geheimnis? Ich glaube, stabiler Ertrag, nicht grosse Schwankungen. Die letzten Jahre, seit 2012, sind die Aktien etwa verdreifacht und sind im Moment sehr gut unterwegs. Es ist aber immer noch nicht überwertet, also ist nach wie vor ein guter Tipp. Aber das Geheimnis ist solide Ertrag zu bringen. Der Träger probieren die Steiger, Käste im Griff zu haben. Und ja, das ist das Geheimnis der Achse der BVZ-Holding. Zum guten Ergebnis trägt euch vor allem die Gorngradbahn bei. Ist da der Top auf den Malten schon erreicht oder geht da noch mehr? Ja, ich glaube, wir haben ja auch differenzierte Preise. Wir haben ja nicht die wahnsinnige, viele Leute, alle zur gleichen Zeit. Sondern wir stellen länger mehr fest bei der Gorngradbahn. Dass wir fast keine Zwischensaison mehr haben, das ist schön. Und dass wir vor allem im Mai, April, in diesen Monaten oder im November eine gute Auslastung haben. Und da geht noch mehr. Weil ich glaube, länger mehr kann man von einer ganzjahres Destination reden. Das ganze Jahr Saison. Und das ist das Geheimnis. Und da sicher, in der Zwischensaison hat es noch mehr Potenzial. Aber ja, das wird ganz sicher noch einwärtsgegangen. Ich bin überzeugt. Ihr heizt letztes Jahr euren Exzellent Klaas im Angebot. Wie kommt ihr bei den Leuten an? Ich darf wirklich sagen, die Exzellent Klaas ist wirklich ein super Produkt. Wir haben eine schöne Leistung gesehen. Ich würde immer sagen, es ist eine Kreuzfahrt durch die Alpen. In schönster Umgebung. Und ein sehr gutes, wunderbares Rollmaterial mit dem Produkt, das wir haben. Essen in Begriffen. Wir haben wirklich eine Cossiers, die die Reise von A bis Z begleitet. Wir merken ganz klar, das ist ein Bedürfnis. Das ist ein Bedürfnis bei den Queerbett-Tourchen der Schweizer Gästen. Oberamerikaner, Australier, überall. Die Merke kommt das sehr, sehr gut an. Und wir sind sehr zufrieden, dass das gestartet ist. Und das wird noch ein grosses Potenzial haben. Ihr setzt vor allem auf die Asiato. Rechnet ihr noch mehr mit asiatischen Touristen? Wie ich vorhin gesagt habe, vor allem in der Zwischensaison, wo wir ja nicht so Ferien haben, eben im Oktober oder eben im April und im Mai, ist ein grosses Potenzial noch da. Und da rechnen wir, dass wir sicher noch mehr holen können. Aber sonst haben wir auch sehr, sehr viele Schweizer. Der Hauptgast ist nach wie vor der Schweizer Gast, der Amerikaner, auch der Südost, also auch der Japaner, der sehr stark ist. Also ich rechne. Und vor allem in der Zwischensaison, dass es da vielleicht noch ein Züge noch gibt. Ja, das schon. Was stehen für nächste grosse Projekte an? Ja, wir haben sehr viele Projekte. Wenn wir von der BVZ-Tolning reden, reden wir ja von einer Seite der Gornagradbahn. Da planen wir ein neues Rollmaterial. Vor allem, wir haben heute hier einen unglücklichen 24-Minuten-Takt. Da wollen wir in den 20-Minuten-Takt gehen. Da gibt es ein neues Rollmaterial, welches das ermöglicht. Auf der anderen Seite haben wir auf der Matron-Gotterbahn. Wir investieren zusätzlich zum Exzellenten Klasse auch in den Glasse Express. Also wir werden euch die ersten und Zweiklassewagen total erneuern in den ersten zwei Jahren. Da investieren wir 25 Millionen Euro in den Glasse Express. Auf der anderen Seite haben wir auch Rollmaterial für die Matron-Gotterbahn. Da ist der Teil der öffentlichen Hand auch drin. Der Service Public. Und da werden wir in den nächsten Jahren sehr viel investieren. Wir haben da von 330 Millionen Franken in den öffentlichen Verkehr. Wo aber natürlich auch entsprechend finanziert wird. Nachher haben wir andere Projekte. Zum Beispiel ein sehr schönes Projekt ist der ÖV-Höpp in Fiesch. Ein sehr schönes Projekt. Da wird die Strecke erneuern. Die Bahnhefe alle Behinderten gerecht machen. Ein riesiger Projekt ist der Vurka-Tunnel, der wir im Moment dahinter sind. Was ihr seht, und überall die Fahrbahnerneuerungen. Wir investieren sehr viel in die Qualität, in die Sicherheit und auch in den Kunden. Ihr habt eure Arbeitnehmer unserer Region Baru. Wenn der Lötschberg-Tunnel für ein paar Monate zugehen sollte, stellt euch das ein grosses Problem für euch hier. Das ist richtig. Wir haben zum Glück keine Leute, die von Bern kommen, sie sind in den Tag arbeiten. Für diese Leute wäre das sicher ein grosses Problem. Aber ich bin der Meinung, das wird eine kurze Zeit sein. Für mich sind 4-5 Monate nicht eine so lange Zeit. Daher wollen wir vielleicht eher auf dem industrischen Sektor ein Thema. Aber für den Arbeitnehmer haben wir auch andere Möglichkeiten. heute mit modernen Arbeitsplatz. Wir investieren hier. Heute muss man nicht unbedingt mehr überall wie in jedem Job vor Ort sein. Das wäre eine ganz sicher gute Lösung für ihn.